So, willkommen liebe Leute, das wird ein relativ großes Video, es wird um Getreide, Getreidesorten-Arten oder umgekehrt Arten-Sorten gehen und das wird wahrscheinlich so lang, dass nicht jeder durchsitzen kann. Ich werde das so machen, es werden ja verschiedene Getreidesarten beschrieben werden. Unten in dieser Beschreibung, da wird es so Time-Steps, also Sprungmarken vorfinden, wo ihr nachschauen könnt, wo spricht ihr denn über dieses oder jenes Getreide im Speziellen. Für die anderen, die was ziemliches Sitzfleisch haben, eigentlich gehört trotzdem alles zusammen, auch wenn verschiedene Arten besprochen werden. Vielleicht zahlt es sich aus, dass man das ganze Video anschaut. Vielleicht, ich habe mir wieder einmal einen Schummler gemacht, der ist ein 10-seitiger Schummler. Keine Angst, ich werde diese 10 Seiten nicht irgendwie vortragen, sondern das ist für mich einfach eine Stütze, dass ich alles ein bisschen dabei habe, was ich da zählen wollte. Und vielleicht ist eines der wichtigsten Dinge, es gibt ungefähr, allein beim Weizen, über 10.000 Sorten mittlerweile. Was sagt uns das? Es ist wahrscheinlich unmöglich für einen Laien, wenn wir draußen spazieren gehen und was bestimmen wollen, dass wir zu 100 Prozent sagen können, das ist ganz genau diese Weizen oder diese Rocken oder dieses oder jenes, das wird einfach nicht gehen. Es gibt zwar klassische Merkmale, so wie zum Beispiel diese Krannen und da gibt es dann, wenn man sich genauer mit dem Thema beschäftigt, leider nicht zustreffende Hausmerkmale. Man kann sagen, der Hartweizen hat Krannen und der Weichweizen hat keine Krannen. Das ist aber leider zu vereinfacht, unter Anführungszeichen, natürlich wir Laien dürfen das schon so sagen, weil es eigentlich eh um nichts geht. Aber es gibt zum Beispiel einen Krannenweizen, der was eigentlich zu den Weichweizen dazugehört und der schaut so aus, von den Krannen her, wie dieser Hartweizen. Einfach wo weiß ich jetzt, dass das ein Hartweizen ist? Nicht immer haben wir das Glück, dass es eine Sortenvermehrung ist, so wie da und eine Beschriftung gibt. Und da hat man natürlich nachschauen können, weil man den Namen hat, im Sortenverzeichnis, was ist das genau? Und somit kann ich da jetzt wirklich sagen und mit gutem Gewissen, um das geht es mir jetzt auch bei dieser Vorstellrunde, dass ich euch alles, was ich sage, mit gutem Gewissen titulieren kann. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, das ist garantiert ein Hartweizen. Aber vielleicht einmal, nachdem das wirklich das Wichtigste war, dass wir sie nicht einlassen sollten auf Endbestimmungen bei Getreiden, sei es jetzt Weizen oder sonst irgendwas, vielleicht von ganz vorn angefangen, was sind denn Getreide? Getreide sind, wie wisst ihr, alles das, was wir irgendwie fürs Brotbacken hernehmen, Weizen, Gerste. Wenn man Weizen sagt, dann glauben wir oft nicht, dass zum Beispiel der Dinkel auch Weizen ist, also die gehört zur Weizengruppe dazu. All das, was wir klassisch aus Mehlkörnern wahrnehmen, sind Getreide und das sind Süßgräser. Der Mais gehört noch dazu, der Reis, wie es bei uns halt so gut wie nicht angebaut wird, wobei es in Österreich Anbau Bemühungen gibt, das Reis produziert wird, Hafer, Rocken sei noch genannt, Hirse sei noch genannt, also das gehört einfach zu der Getreide, weil es Süßgräser sind. Es gibt ja dann auch, ihr kennt das vielleicht aus dem Reformhaus, wird dann auch oft aus Getreide geführt, Das sind aber dann Pseudogetreide, also nicht wirkliche Getreide, die haben dann keinen Mehlkörper, sind dann dafür auch meistens für Zöliakiegeplagte verträglich, weil es eben diese Klebereiweiß nicht gibt, Buchweizen zum Beispiel, Quinoa, Amaranth, solche Dinge. Das ist ein Pseudogetreide, wird oft aus Getreide bezeichnet, gehört aber nicht zu den Süßgräser, ist dann kein klassisches Getreide. Ich möchte mit euch auch jetzt immer wieder ein paar Stationen weiterfahren, ich weiß, dass wir Gerste miteinander anschauen können, also Gerste kann ich euch zeigen und ganz klar sagen, bin mir sicher, dass Gerste ist, wir werden Weichweizen und Hartweizen sehen, also da haben wir jetzt schon Hartweizen, was ist vielleicht der Unterschied, und da muss man jetzt schon wieder dazu sagen, natürlich mit dieser Sortenvielfalt vermischen sie natürlich die Eigenschaften auch, wenn eine Sorte, es gibt wahrscheinlich Sorten, die was ein Mittelding von der Korneigenschaft oder Mehleigenschaft oder Backeigenschaft, was man halt dann damit produzieren will, zwischen diesem und jenem sind, aber zum Beispiel als Faustregel, der Hartweizen wird genutzt für die Nudelproduktion, also alle unsere Nudeln sind eigentlich aus Hartweizen und unsere Backmehle und Brotmehle sind in der Regel aus Weichweizen. Ihr wisst natürlich, es gibt Arockenbrote, es gibt Dinkelbrote und es gibt Mischbrote, aber alle diese Korn-Sorten, also Sorten innerhalb der Art, aber auch Kornarten, haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Eigenschaften, wie sie sich verarbeiten lassen, aber auch verschiedene Eigenschaften punkto Inhaltsstoffe. Das mit den Inhaltsstoffen, auf das werde ich nicht näher eingehen, das ist auch irgendwie ein bisschen ein Leitthema für mich, weil wir Menschen dann voll gerne zum Streiten anfangen, was gesünder oder gescheiter ist. Für mich stimmt nichts von dem, jedes Getreide ist wertvoll, aber gewisse Stoffgruppen sind in unterschiedlicher Dichte in diese verschiedenen Getreidearten enthalten, somit ist vielleicht das Geschickere, wenn man vor allem immer wieder mal etwas genießt. Und bevor wir jetzt weiter fahren, ihr seht also, da sind mehrere verschiedene Getreide angebaut, also da geht es wahrscheinlich um Saatgutvermehrung. Ich habe mir das erst zumachen können, das ist irgendeine Hybrid-Sorte, also es gibt direkt wirklich offizielle Hybriden, also die, die schon eine Mischung zwischen dieser und jener Art sind. Also nicht nur Art, wahrscheinlich auch eine Mischung, wie ich erst gesagt habe, die Eigenschaften ein bisschen vom Hartweizen hat, aber auch vom Weichweizen, alles was da irgendwie so gebraucht wird. Und was sie sich aber so gut wie alle teilen, ist, es gibt Sommergetreide und Wintergetreide. Das gibt es dann als Sommerweizen und Winterweizen, Sommergerste, Wintergerste, ihr wisst schon. Der Unterschied ist einfach vom Wuchszyklus. Sommergetreide kann innerhalb einer Vegetationssaison, sprich von Frühling bis Herbst, von Auskeimen aus dem Samen bis zur Ernte schaffen. Also wird im Frühling ausgetragen und ist im frühen Herbst schon erntereif. Das ist oft weniger oder in der Regel weniger ertragreich wie die Wintersorten. Die Wintersorten werden eben schon im Winter, also sprich im Spätherbst austragen, fangen dann an zu keimen und machen die ersten drei, vier Blätter und überwintern dann grün und starten dann im Frühling schon als junge Pflanze mit natürlich einem gewissen Wuchsvorsprung und somit auch mehr Wuchskraft in die Saison, wo dann das Korn gebildet wird. In der Regel sind jene Sorten ertragsreicher. Das Sommergetreide hat natürlich dann trotzdem seine Berechtigung. Manchmal wird man mit dem Bestellen von den Feldern nicht wirklich fertig innerhalb der Herbstzeit. Dann muss ein Getreidefeld nicht unbestellt bleiben. Dann kann man ja im Frühling Sommergetreide ausbringen. Beziehungsweise, wenn über den Winter, auch das kann vorkommen, die Wintersaat Schaden genommen hat, dann kann man ja, bevor das Feld unbestellt bleiben muss, nochmal mit Sommergetreide nachsetzen. So, und bevor wir jetzt weiterfahren, schaut's, weil ich zufällig, da steht's, weil ich ja das Pseudogetreide erwähnt habe. Also das ist da jetzt nicht angebaut aus Getreide, weil so wird man natürlich mit diesen paar wenigen Pflanzern nichts ernten können. Aber das ist der Buchweizen. Buchweizen gibt ja ganze Felder, wo genau diese Pflanzern stehen. Und nicht immer sind sie dann für die Buchweizenkornproduktion angesetzt, kann auch aus Gründüngung angesetzt sein. Aber so schaut Buchweizen aus, bevor er bei euch irgendwie im Müsli-Gland ist. Gut, jetzt radeln wir weiter. Möglicherweise wird Gerste das nächste sein. Lassen wir's überraschen. Ihr dürft sitzen bleiben. So schaut's einmal, ja, der Kundige wird sagen, hm, komische Gerste hat man doch, Gerste hat Krannen. Ja, stimmt, du Kundiger, das ist natürlich kein Gerste, sondern wir sind nochmal bei den Weizen geklaut. Hat sich einfach so ergeben. Das ist ein Weichweizen. Weichweizen, ihr seht, da gibt's nur ganz kurze Krannen, aber wie erst schon erzählt, muss man wieder aufpassen. Es gibt mittlerweile ja auch Weichweizen, zugeordnete Sorten, die was lang begraut sind. Aber da traue ich mir zu sagen, es ist ein Weichweizen. Und wir haben ja erst gesagt, es sind alles Süßgräser. Und Süßgräser haben eine Besonderheit, gehören zu einer gewissen Art, nämlich zu den einkeimblättrigen Pflanzen. Und einkeimblättrige Pflanzen haben ganz oft eben genau jenes, wie unsere Gräser, also schmal, lang, lanzettliche Blätter mit langnervigen, also da sind keine Netznerven zum Sägen, sondern lange Parallelnerven. Und das, was ich auch immer wieder interessant finde, das Wurzelsystem von einkeimblättrigen Pflanzen ist eben so, dass es nicht irgendwie eine große Hauptwurzel gibt, sondern eine Menge Feinwurzeln. Wenn man sich das anschaut, also da gibt es keine Pfahlwurzel oder irgend sowas, sondern eine Menge dieser kleinen Wurzeln. Das hat bei den einkeimblättrigen eben mit diesem Keimprozess stehen, also auch da praktisch ein Keimblatt, ein Keimblatt, ein Keimblättrig und eine Keimwurzel. Und diese Keimwurzel stirbt aber nach kurzer Zeit ab und wird ersetzt eben von einer Menge fast gleichwertig dicker Seitenwurzeln. Also das ist eben ganz typisch für diese einkeimblättrigen Pflanzen. Nicht nur Gräser betrifft das, sondern das ist einkeimblättrig typisch. Bei zweikeimblättrigen Pflanzen ist es eben ganz oft so, dass große Pfahlwurzeln ausgebildet werden, weil da eben diese Erstgeburtswurzel nicht abstirbt, sondern immer mächtiger wird. Das zweite, wieso ich da gebremst habe, weil ich habe ja gesagt, wahrscheinlich treffen wir uns bei der Gerste. Die Gerste ist jene von dieser Getreide, die was wieder als erstes geerntet wird. Da werden wir möglicherweise jetzt schon Felder vorfinden, die was schon wieder ins Bräunliche gehen. Ihr seht, da ist sie noch halbwegs grün, auch praktisch unreif. Und bei Gerste habe ich keine Hoffnung, dass ich noch irgendwie was mit Blüten finde. Aber es ist mir ja auch wichtig, dass ich das Blütenthema auch mit anschneide. Und schaut, da sehen wir eben noch ein paar Pollenbatscherl. Seht ihr das? Also dieses Gras hier, also dieses Getreide, ist zwittrig, also Männer und Frauen, alles da drinnen vereint. Aber beim Weizen und bei der Gerste und auch beim Hafer und Co. ist es so, dass Selbstbestäubung die Regel ist. Also da muss nicht irgendwie von einem Kollegen der Pollen daherkommen, dass es zur Frucht kommt, sondern das funktioniert einfach sogar bei geschlossener Blüte praktisch, kann sich das selbst bestäuben und dann werden fleißig Körner ausgebildet. Das ist beim Rocken, ist der große Ausnahme, da ist es anders. Also der ist praktisch selbst steril, kann nicht mit dem eigenen Pollen befruchtet werden. Der braucht eine Nachbarpflanze. Aber da reicht es eben, dass daneben einer steht und sein Pollen abgibt und dann kommt es da rüber. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie das funktioniert. Also da ist ja nichts mit Nektar oder so, das geht dann einfach mit dem Wind. Also da passiert Windbefruchtung. Natürlich kann auch da durch den Wind Pollen übertragen werden, aber für Weizen und Co. ist es nicht notwendig. Rocken würde keine Körner ausbilden können, wenn nicht Kollegen neben ihm wachsen würden, die etwas bei der Bestäubung mithelfen. Ja, also da Weichweizen, erst eh schon gesagt, gehört dazu, zu jenen, wo man Brot daraus backen und unser Kuchenmehl draus kommt. Also für das wird das hergenommen. Und wenn man sich jetzt vielleicht noch die Ähre, also dieser Stand ist die Ähre mit einem Haufen Ährchen und wenn ihr euch das anschaut, wie geht denn das jetzt mit meinem Zoom, wird das nochmal scharf? Wir werden das nämlich, wir kommen noch beim Dinkel vorbei, aber ich möchte, dass das in Erinnerung ruft, erstens einmal die Form dieser Ähre, das Weichweizen und da gibt es eben, wenn ihr euch diese Ährchen anschaut, also diese Einzelgebiete, wo dann die Körner drinnen sein werden, das sind mehrere Blätter. Also das ist der Spelz, also das sind Deckschuppen oder Spelz genannt und in diesem Spelz drinnen ist jetzt noch die Blüte und dann reift da drinnen praktisch das Korn heran. Und es gibt eben Getreidesorten, die was, wenn das Korn reif ist, nicht mit diesem Spelz verwachsen sind, und leicht rausfallen und dann gibt es aber auch Getreidearten, die sind mit dem Spelz verwachsen und sind praktisch bei der Ernte nicht so leicht zum Rausklopfen. Aber das schauen wir sich dann beim Dinkel an, reden wir beim Dinkel nochmal genauer drüber. Ich wollte es nur einmal angeschnitten haben, dass wir das nachher nicht vergessen, dass es einmal angerissen ist. So, aber jetzt mit große Hoffnung, dass wir bei der Gerste vorbeikommen und dort reden wir vielleicht ein bisschen über die Entwicklungsstadien so einer Pflanze. Man kann es natürlich jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe überlegt, wann macht man denn am besten so ein Video? Wenn alles reif ist, habe ich keine Gerste mehr. Wenn alles klein ist, dann sieht man nur grüne Staber und ein paar Blätter und man kann noch nichts unterscheiden. Und somit habe ich mir gedacht, jetzt ist eine gute Zeit. Es ist alles schon irgendwie, zumindest für den Ähren, gut erkennbar. Ja, aber ich kann halt dafür noch nichts Reifes herzeigen oder keine reifen Körner, weil da drinnen, wenn wir das jetzt zusammtrucken würden, da drinnen ist jetzt noch kein Mehlkörper, weil das blüht erst. Also der Mehlkörper, der muss da drinnen erst wachsen. Vielleicht haben wir sogar bei der Gerste schon das Glück, dass wir ein bisschen Mehlkörper sehen. Gut, ihr könnt sitzen bleiben. Ihr radelt uns weiter. So, schaut mal. Da sind wir bei der Gerste und wie seht ihr, farblich tatsächlich, also die beginnt jetzt schon wieder zum Reifen. Während andere noch am Schirmen sind beziehungsweise am Blühen sind, wird da schon wieder sichtlich, in was für eine Farbe das geht. Aber die meisten Getreide, der Roggen, der ist ein bisschen ins bläulich-grüne, auch wenn er reif ist. Und immer, also, und Einkorn und solche Sachen sind farblich ein bisschen anders. Dazu sage ich später noch, was wir beim Dinkel stehen. Dazu sage ich gleich dazu, da kann ich nur was sagen, weil das habe ich da nirgends. Ja, aber die Gerste. Vielleicht anhand der Gerste, dass ich kurz, und da nehme ich mir jetzt mal den Schummler, dass ich nichts Falsches erzähle und dass ich nicht umsonst geschrieben habe, Entwicklungsstadien von einer Getreidepflanze. Und das können wir auf alle erwähnten Getreidearten anwenden. Das ist überall dasselbe. Nämlich die Keimung. Ich habe ja gesagt, es gibt Winter- und Sommergerste. Bei der Wintergerste wird das eben schon im Herbst ausgebracht und da beginnt dann die Keimung. Das heißt, ein einkeimblättriges Pflänzchen entsteht, also mit einem Keimblatt und einer Keimwurzel, das verankert sich dann im Boden. Bei der Sommergerste natürlich passiert das dann erst im Frühling. Dann entsteht, also kommt es zur Blattentwicklung, also das Keimblatt wird ersetzt beziehungsweise aufgestockt mit unseren bekannten dünngliedrigen Blättern von einkeimblättrigen Pflanzen. Und das geht bei der Wintergerste drei bis vier Blätter, sollte die haben, dass die praktisch dann gut über den Winter kommt. Sommergerste, wie gesagt, schiebt ihr das ganze Spülwasser jetzt dazu in einem Tuch. Die Bestockung, also da wird praktisch Stockwerk um Stockwerk, also das heißt, das Pflänzchen wird immer höher und bei jedem neuen Stock ist praktisch ein Blatt angelegt. Also Wachstum, könnte man auch dazu sagen, geht dann zum Schossen über. Das ist, wenn es praktisch von einem wirklich schon stattlichen Pflänzchen auf einmal in den Längenwuchs geht, nach oben schießt. Und ich habe es jetzt da leider nirgends mehr. Ich bin zwar gestern, aber da kommen wir heute nicht mehr vorbei, bei einem Haferfeld vorbeikommen. Und der Hafer, der war da noch ein bisschen hinten, der war gerade beim Ehrenschwellen. Ehrenschwellen, könnt ihr euch vorstellen, da siehst man die Ehren noch nicht, aber wenn man den Halm angreift, dann spürt man irgendwo da drinnen, da ist dick. Das schwillt an. Hat einfach damit zu tun, dass praktisch noch geschützt, eingehüllt diese Ehre schon angelegt wird und immer größer wird. Und die wird dann irgendwann so groß, dass das Ganze ins Ehrenschieben führt, wo man dann einfach sieht, dass wirklich da vom Stiel auf einmal kommen diese Ehren nach oben und werden immer mehr sichtbar, bis eben ganz präsent an den Tag stehen. Dann kommt die Blüte, so wie wir das erst beim Weichweizen gesehen haben. Nach der Blüte geht es eben zur Samenreife. Der Mehlkörper wird gebildet und muss ausreifen. Und dann, das ist wieder natürlich eine kleine Wissenschaft, wo der Bauer wissen muss, wie viel Wassergehalt darf denn ein Korn noch haben, dass das Erntereif angesehen werden kann. Und da könnt ihr euch jetzt wieder vorstellen, da haben wir ja gesagt, es gibt eben Nacktgetreide und Spelzengetreide. Nacktgetreide, wenn das reif ist, beziehungsweise wirklich komplett reif ist, ist es praktisch so, dass das dann ausfällt. Das heißt, wenn man wirklich zu spät dran wäre, fällt das Getreide aus und man hat da praktisch diese leeren Ehren stehen. Das ist praktisch wirklich, Bauer sein ist eine kleine Kunst. Bei den Spelzengetreide ist die Gefahr eben nicht da. Also auch wenn das überreif ist, bleibt das Korn ja in diese Spelzen drinnen erhalten und kann nicht ausfallen. Das ist zwar eh kein Thema mehr, unsere Bauern, die sind getrimmt und getimt, also das sind alles Profis, aber es hat sicher Zeiten gegeben, wo das zu schmerzlichen Verlusten hat führen können, wenn Getreide ausgefallen ist, weil man mit den Ernten nicht hinterhergekommen ist. Ja, Gerste, vielleicht da noch interessant, nicht nur, dass es Winter- und Sommergerste gibt, die Sommergerste wird hauptsächlich fürs Brauen genommen und die Wintergerste hauptsächlich für die Tierfuttererzeugung und Sommergerste ist zweizeilig, das heißt, da sind praktisch nur zwei Kornreihen praktisch und wir da, also das ist sicher Wintergerste, die ist vier- bis sechszeilig. Je mehr Zeilen, je mehr Körner, desto mehr Kornfrucht, darum wahrscheinlich auch für die Tierfuttererzeugung, weil einfach viel mehr Korn erzeugt werden kann und das geht, wird es wahrscheinlich, wenn es bei Gerstenfeldern mal jetzt zugeht und vorbeigeht, wird es manchmal Gerstenfelder finden, wo dieses Krannenbild, wobei die Gerste eben jenes Getreide ist mit den längsten Krannen, wirklich extrem auffällig ist, weil es so stark buschig ist, dann habt es wahrscheinlich eine sechszeilige Gerste vor euch, ihr könnt euch vorstellen, wenn es da praktisch sechs solche Kornzeilen gibt, wie viel Krannen das dann dran sein müssen und wie stark das praktisch dann dieses Krannenbild ausgebildet werden muss oder ist, weil wir ja so viel Krannen Platz haben müssen. Na, das war jetzt oft das Wort Krannen. Ja, super Sache. Gut, ihr dürfts wieder sitzen bleiben, nämlich bei Dinkel und ich habe das Glück, weil im vorigen Jahr habe ich bei mir da keinen Dinkel gefunden, heuer habe ich einen. Ja, super Sache. Gut, ihr dürfts sitzen bleiben und ich radelte uns wieder weiter. So, liebe Leute, da sind wir bei unserer nächsten Station, nämlich beim Dinkel und ihr seht, es hat eine sehr hohe Verwandtschaft vom Bild wie der Weichweizen, nur, dass diese Ähre viel langgestreckter ist. Und der Dinkel ist eben ein Spelzengetreide, da drinnen reifen die Körner und sind dann mit diesen schuppigen Blättern verwachsen. Das heißt, bei der Ernte ist ein weiterer Schritt notwendig, dass man die Körner überhaupt rauskriegt. Wenn man jetzt Weizen und Rocken erntet, dann wird, das wird ja gedroschen, dann kann beim Dreschen gleich wirklich das nackte Korn gedroschen werden, beziehungsweise geerntet werden, was man dann in die Mühle schicken kann. Das geht beim Dinkel nicht. Bei der Gerste zum Beispiel gibt es Nacktgerste und Spelzengerste, also die spelzige Form ist die Urform und die Nacktgerste ist eine Zuchtform, also da gibt es zum Beispiel beides. In Dinkel, ihr werdet es kennen, ist ganz ein beliebtes Getreide, eben im Vollwert- und Vollkorn-Ernährungssektor wird mittlerweile eben wieder häufig angebaut und wenn man sich diese Dinkel-Ähre anschaut, da haben wir ja sogar noch einmal ein paar Blüten dran, weil ich möchte jetzt eben dann gleich, wenn ich da beim Dinkel stehe, alles ist Weizen, also auch Dinkel gehört zur Weizengruppe, das Ganze nennt sich eben Ähre und diese Ähre besteht aus vielen Ährchen, also seht ihr, also diese Anzelteile, da haben wir vielleicht, mir blendet da die Sonne, also ich sehe auch am Display nicht recht, was ich da tue, jedes, diese Anzelteile ist eben ein Ährechen und viele Ährechen bilden eine Ähre und beim Dinkel können pro Ährechen zwei bis drei Körner drinnen reifen, also sind mehrere Blüten drinnen und da reifen dann eben zwei bis drei Körner und das ist auch beim Weizen so, also auch da ist so oder beim Rocken, dass es mehrkörnig ist und dann kann praktisch aus einer Ähre mit 20 Ährechen und zwei bis drei Körner drinnen reifen circa 40 bis 50 Körner gewonnen werden. Es gibt aber eben und das sind unsere Urgetreide also auch der Dinkel ist ziemlich urig sozusagen aber nur weiter vorn ist eben das Einkorn und das Einkorn habe ich da jetzt nirgends also bin mir sicher dass es auch bei uns irgendwo angebaut wird in Österreich aber bei mir eben nicht und beim Einkorn ist es so dass es lange Krannen hat und das hat natürlich auch Ehre mit Ährechen aber da ist in jedem Ährechen nur ein Korn drinnen was natürlich das Ganze teurer macht wenn ihr vorstellt das muss wir anbauen und dann hat er einen Ertrag was ein Drittel von dem ist was er mit Weizen machen kann oder mit Dinkel also Weizen kann noch mehr Körner sein wie Dinkel dann ist das natürlich eine Menge Aufwand beziehungsweise kein Wunder dass das Zeug dann teurer ist und das müsst ihr mit eindenken bei Dinkel wie bei Einkorn und Emmer Emmer ist auch bekannt aus zwei Korn da ist halt dann so dass pro Erchen nur zwei Körner drinnen reifen können es sind eben Spelzen Getreide und auch dieser Zwischenschritt zwischen Ernte und Verarbeitung eben das Entspelzen ist natürlich ein Aufwand und schlägt sich natürlich wie ich finde darf sie das auch niederschlagen im Preis nieder also ich finde diese Dinkel Ehren wirklich fesch weil sie so lang gestrickt sind das Einkorn wird eben bei uns nachdem es wirklich arbeitsintensiv und ertragsniedrig ist auch im wie sagt man im Bioladensektor im Gesundheitssektor angepriesen und verkauft kann vielseitig verwendet werden da kann man daraus sogar Nudeln machen Hartweizen ähnlich vom Hartweizen sagt man wenn ich das richtig in Erinnerung habe dass er vom Emmer also vom Zweikorn Abstand beziehungsweise Verwandtschaft hat aber das weiß ich dann nicht ja also Emmer Dinkel und Einkorn eben ziemlich in der Bio Sektor beziehungsweise in der wie heißenden Reformkost und Reformhaus Ladensektor tatsächlich aufwendiger in der Produktion so und jetzt da mal links und rechts schauen weil da ist eine Straße und die Hirsch manchmal verlauter Filmen tue ich dann nicht brav Auto schauen kommen wir zu was wo ich euch sagen muss ich hab's da nicht aber es macht nichts weil ich kann euch zumindest was ähnliches zeigen beziehungsweise wo es eine Verwandtschaft gibt nämlich was ich nirgends bei mir hab ich hab letztens mit einem Bauern gesprochen und der hat gesagt ja er kennt schon wo er fällt aber ich hab nur Radler und da komme ich nicht hin der Roggen ich hab da kein Roggen aber ich hab da Triticale oder wahrscheinlich auf Englisch richtig ausgesprochen Triticale ist da kommt ein Autor ist eine Mischung aus Weizen und Roggen Weizen ist Tritikum da kommt das Tri her und Roggen ist Sieghalle da kommt das Kalle Vertriticale oder Triticale her und das teilt sich dann natürlich auch gewisse Merkmale und das wieder wie am Anfang schon besprochen erinnert es kann es uns schwer machen beziehungsweise es ist unmöglich ohne dass man die ausgetragene Sorte kennt dass man dann entbestimmen kann ist es tatsächlich Roggen oder ist vielleicht sogar Triticale oder Triticale einigen man sich auf österreichisch ausgesprochen Triticale ich weiß Triticale wäre das Englische aber wir können ja so tun wie wenn es keine Anglizismen gab und dann machen wir unsere eigene Sprache das erlaube ich mir da ist eher für mich da haben wir jetzt das Pech vielleicht kommen wir ja sogar noch vorbei vielleicht kommen wir noch bei einem anderen Triticale fällt vorbei wo noch mehr Roggen Ähnlichkeit ist weil Roggen hat ganz schlanke Ehren man sieht es zwar jetzt auch im Vergleich zum Hartweizen und zum Weichweizen ist diese schlankere Seiten merklich schlank und da haben wir die Breitseite weil die Weizen schaut sich rundherum fast gleich breit aus das ist das eine was mit den Roggen da jetzt gleich hat und Roggen gehört zu jene Korn oder ist jenes Korn das was vom Pflanzenerscheinungsbild sehr stark bläulich ist und nicht nur das Pflanzenerscheinungsbild ist stark bläulich sondern auch die Einzelkörner werden dann blau grün von der Farbe wenn sie geschält und geerntet sind das Trittikale wird bei uns ganz häufig angebaut hat natürlich auch damit zu tun da brauche ich jetzt eigentlich brauche ich ihn wegen dem jetzt nicht aber ich möchte jetzt den Schummler haben für das Trittikale wo habe ich mir das aufgeschrieben ich erlaube mir das jetzt dass ich das suche weil ich bin mir sicher ich habe mir das mit aufgeschrieben da Verwendungszweck eben als Futterpflanze hauptsächlich bei uns angebaut und es wird aber gern angebaut weil es einfach mit verschiedensten Böden voll gut zurecht kommt also es ist nicht nur eine Mischung aus Rocken und Weizen und alle diese Kornsorten haben natürlich bevorzugte Bodeneigenschaften die was brauchen und Trittikale kann man praktisch dorten anbauen wo man sonst schwer was anbauen kann weil es für dieses oder für jenes nicht gut passt ja jetzt komme ich drauf dass ich was vergessen habe gut wir kommen ja nochmal wo vorbei weil es gibt zum Bestimmen bevor das Ganze eigentlich mit die Ehren zum sehen ist gibt es ein Bestimmungsmerkmal was mit diese Blatthäut mit diese Häutchen da bei den Blattscheiden zu tun hat also es gibt Blatthäutchen die Ligula auch über die Ligula kann man Bestimmung vornehmen beziehungsweise gibt es solche Öhrchen da sind wir halt jetzt schon ziemlich weit gediegen schauen wir da drüben links und rechts schauen weil da sind Autos schauen wie es beim Klinkel ausschaut es gibt nicht nur das Blatthäutchen das was von diesen Blattscheiden unterwegs ist sondern eben Blattöhrchen jetzt schauen wir mal ob ich da noch Glück habe wir sind da einfach schon ziemlich nieder trotzdem wir dann da jetzt ein Zoom rein und dann nehmen wir sie anpflanzen schaut da wo da umschließen diese Blattöhrchen seht ihr das also da wird das Grün auf dem Blatt und dann wird es hell und das hell bildet solche kleinen Ringel das was den Stiel in dem Fall fast umfasst kann man das irgendwie sehen was er meint das da und da gibt es eben Sprüche die was man sich relativ eingänglich merken kann der Weizen wo auch der Dinkel dazugehört also da ist halt jetzt fast nicht sichtbar aber ich sehe da steht ein kleines Herrchen da der Weizen wird mit W geschrieben da ist bewimpert vielleicht kommen wir nachher noch beim Weizenfeld vorbei mit einem Standard Weizen da sieht man das bewimperte wahrscheinlich viel besser da sieht man wieder ein Wimper da stehe Moment da ist ein Gras sich fest da sieht man es wieder da stehen also dieses bewimperte kann natürlich viel mehr sein also Weizen mit W geschrieben ist bewimpert natürlich beim dritten Kalle was ich erst gesagt habe nachdem das Rocken und Weizen gemischt ist hat es Rocken und Weizen Merkmale Rocken mit R geschrieben reicht nicht rum also reicht ist R und nicht ist nicht mit R aber rum also das die Örchen beim Rocken reichen nicht um den Schaft also wir sind halt da jetzt schon weit das Bestimmungsmerkmal nimmt man bevor es überhaupt zu den Ehren kommt dann kann man das gut sehen weil jetzt haben natürlich diese Stiele das Ganze schon aufgesprengt jetzt wirkt es schon anders wie bevor das Ehren schieben begonnen hat aber Rocken reicht nicht rum und Gerste schreibt man mit G und wir kommen ich habe dort in Gersten Feld vier leichten gesehen Gerste geht ganz rum also geht ganz wieder zweimal das G als Bestimmungsmerkmal mit diese Blattöhrchen wisst ihr was wir fahren jetzt noch mal zu einer Gerste schauen sich dort die Blattöhrchen an und wenn wir klick haben kommen noch mal beim Trittig Halle oder Trittig Hell fällt vorbei was noch rocken ähnlicher ist wie das was und wir sehen sie noch mal so schaut verzeiht wir Menschen haben es gern laut da können wieder Autos vorbeifahren und das ist noch mal Gersten Feld und weil das da gerade sich auch seht diese Windwürfe wo es umgeknickt ist das ist mehr oder weniger problematisch erstens gibt es Sorten die das ziemlich gut vertragen zweitens kommt es immer drauf in welchen Entwicklungsstadion das Ganze passiert wenn das noch am wachsen ist dann richtet sich das Ganze wieder von nah auf es gibt eben Erntehilfe für so niedergelegt Korn wo das der Mähdrescher vorher wieder aufstellt unter Anführungszeichen um besser dreschen zu können zeitgleich kann wenn so ein starker Windwurf bald passiert das problematisch sein weil natürlich dann sich das Korn gegenseitig beschattet und die Reifung nicht richtig funktioniert beziehungsweise durch die Feuchtigkeit die durch das Getränk entsteht weil es aufeinander liegt kann es dazu führen dass das Ganze schon in die Ähren zum Auskeimen anfängt also kann mehr oder weniger problematisch sein aber mittlerweile können sie ganz gut mit dem Umgehen wieder ein Wunder unserer Sortenzucht sozusagen wir haben gesagt wir schauen sie über der Gerste geht ganz rum schauen wir ob ich wo noch ein Häutchen finde wo ich zeigen kann was ich gemeint habe da seht man das schön da brauchen wir jetzt einen Zoom wirst zu scharf weißt nicht wo du hinscharfen sollst wenn ich die Hand hin halt seht da sind jetzt diese Blattöhrchen und diese für alle Getreide sind die der Gerste am gewaltigsten am größten und die umlagern diesen Schaft da sehen wir das jetzt wieder schön die umlagern diesen Schaft komplett also seht das ist so lang dass sich die miteinander zusammenrechnet und übereinander legt wirst du scharf der weiß nicht wohin wahrscheinlich aber ihr seht die Blattöhrchen glaube eben das sind die längsten Blattöhrchen Gerste geht ganz rum so es war jetzt zwar eh schon einiges aber wisst was da fahren wir ein bisschen zu viel autos vorbei wir machen es jetzt noch mal los ich fahre ein kleiner stück weiter ich glaube dort ist die baustelle da ist heute nichts mehr da setzen wir sich ans Feld rand und machen noch kurze zusammenfassung wenn es interessiert die anderen ihr seid fertig ihr dürft jetzt rausgehen oder die abonnieren nach so langen video das dürft sich aussuchen beziehungsweise wenn du sagst nein das war eigentlich eh ganz super bis zu so ein video kommt sind ein paar monate sprich oder zum teil jahre weil das wissen das muss zusammen vergangen wenn das wer honorieren will ich verlinke da wieder mal die möglichkeit wie man unterstützen kann wenn das ein gefreut dann einfach da nicht lange drüber nachdenken so die anderen wir gehen jetzt zur zusammenfassung ihr radelt uns noch mal ihr dürft sitzen bleiben so bevor ich mich da jetzt mit euch niederlasse und meinen Schummler noch mal kurz durch geht schaut das ist ein Maisfeld und Mais da kann ich jetzt schon sagen da geht es um die Saatgut Vermehrung von wo weiß er das schaut es mal da ist eine Reihe großer Mais 2 3 4 und dann kommt eine Reihe wo er ganz klar ist und dann 1 2 3 4 5 Reihen in dem Fall und dann kommt muss ich wieder hin halten eine Reihe wo er ganz klar ist seht ihr da ist reihe wieder mit klein Mais und dann wieder 1 2 3 4 wieder klein 1 2 3 4 und das zieht sich da so durch hat einfach jenes es ist so dass der Mais ist auch häusig getränkgeschlechtlich das heißt ganz oben diese Fahne sind die Männer die die Pollen abgeben und die Kolben die was wir Mais Kolben nennen diese Fäden was da rausschauen ist die weibliche Blüte und die kann bestäubt werden und bei der Saatgut Produktion geht es praktisch darum dass Kreuzung entsteht mit gewünschten Eigenschaften ist eben so jene Pflanzen da die was vier große rein die was schon größer sind die sind natürlich vorher gesetzt worden bei denen beginnt die Blüte vorher wenn die zum Blühen anfangen wird einer der Männerteil oben weggeschnitten das heißt die haben keinen Pollen den was abgeben können weil es ist gewünscht von jenen Pflänzchen die was jetzt noch klar sind das werden dann die Männer Generation die was starben dürfen weil die haben in einem Pollner Erbgut was gewünscht ist dass dann auf die Narben von diese vier Hauptreihen übertragen wird also das schaut immer ganz toll aus da gibt eine Maschine die dann wird noch händisch durch gegangen weil manche sind ein bisschen kleiner und da ist nicht erwischt worden also wird wirklich geschaut dass jene die was nur Damen sein sollen keine Pollen abgeben können und dann ein paar Tage später oder Wochen später sind die 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 noch so klein sind in Blüte und geben dann den Pollen ab was die Narben da bestäuben Ja super Sache aber das ist eben nur am rande und jetzt hole ich mal Luft und dann gehen wir das Ganze noch mal schnell durch was wollt sie sehen wollt sie mal zettel sehen schaut wie zu null dass das ist aber ist mir wurscht also wie nein ist zettel schaut die schöne Gegend und dort sind Pferde also könnt alles sehen also wir haben gesagt es gibt Getreide und Pseudo Getreide Getreide sind unsere Süßgräser typisch eben Weizen Roggen Dinkel wobei eben Dinkel ein Weizenort ist Gerste Hafer Mais Reis gibt es bei uns jetzt oft und eben diese Mischung aus Weizen und Roggen das Trittikale oder Trittikale wir haben gesagt es gibt Spelzen und Nacktgetreide die Nacktgetreide fallen da schaut Pferde die Nacktgetreide sind nicht mit den Spelzen verwachsen und fallen praktisch aus die Spelzen Getreide wie Dinkel und Gerste wobei es auch Nacktsorten gibt und Emmer und Einkorn die sind mit den Spelzen verwachsen und da gehört dann nochmal ein spezieller Schritt dazwischen gemacht bevor es überhaupt zur Mühle gehen kann weil sonst das Korn noch in der Spelze ist und jetzt haben wir gedacht schauen wir was filmt er jetzt wirklich ne ist ja wurscht schauen wir nochmal also Gerste fast überall gibt es Sommer und Wintersorten hat damit zu tun wenn anbaut werden muss die Gerste wird hauptsächlich hergenommen die Wintergerste zum Tierfüttern die Sommergerste ist eben unsere Braugerste der Hafer beim Hafer ist so dass der keine Ehren hat sondern ein Rispe also Hafer schaut ein bisschen anders aus ich habe leider noch keinen blühenden Hafer Hafer bitte Fotos auf der Homepage checken wer kein Bild hat Hafer kennt sie Hafer Flocken also für unsere Ernährung aber auch Vieh und Pferdefutter wobei es recht energiereich ist das Triticale wie wir sich geeinigt haben dass man sagen die Pferde sind echt interessiert die lernen gerade was das ist eben eine Futterpflanze hauptsächlich aber kann auch für Backwaren und Bier genutzt werden und auch wie so manche andere wie der Mais zum Beispiel also für die Bioethanolerzeugung also beziehungsweise manchmal sogar für die thermische Verwertung wird so was hergenommen der Dinkel haben wir gesagt ist eher eben durch diese erhöhten Aufwand bei der Produktion gerne angesiedelt im Reformbereich beziehungsweise eben im Vollkornbereich ein Korn immer genauso und dann haben wir noch Weizen gehabt für die Backwaren Mehlerzeugung und den Hartweizen eben für unsere Nudelerzeugung ja haben wir so ziemlich was dabei gehabt ich hoffe es war irgendwie informativ es es kommt natürlich immer viel mehr sein man kann da stunden um stunden darüber sprechen aber ich glaube es macht wenig sinn wenn man es zu breit macht bitte die Homepage nutzen wenn noch irgendwelche Fragen offen sind ich habe mich bemüht dass ich das schön zusammenschreibe links unten in der beschreibung und eben auch diese zeitstempel wenn das nur mal wer nachschauen möchte unten in der beschreibung da schaut die fährt das die sind ja und euch pfährt euch wir sehen sie sicher bei einem weiteren wissens video